Kampfkünste Hört man heutzutage den Begriff Kampfkünste, so denkt man üblicherweise an asiatische Varianten, wie zum Beispiel Karate, Taekwondo oder in Bezug auf Schwertkampf auch an Kendo. Nur wenige wissen, dass auch Europa eine reiche Tradition an verschiedensten Kampfkünsten aufweisen kann. Bereits im Gudrun Lied, welches wohl um 1230 entstand, werden vier Schirmschläge eines Schwertkämpfers erwähnt. Auch andere Quellen, wie zum Beispiel das Nibelungenlied, belegen, dass es Schirrmeister bzw. Fechtmeister gab, die ihre Kunst systematisch unterrichteten. Das älteste Lehrbuch einer europäischen Kampfkunst wird auf Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts datiert und beschäftigt sich mit dem Umgang mit Schwert und Faustschild. Bemerkenswerterweise zeigt es Mönche beim Waffentraining, sodass kämpfende Mönche wohl kein Privileg des Shaolin-Klosters in China waren. Aus dem folgenden Zeitraum bis zum 16. Jahrhundert sind über 50 deutschsprachige Manuskripte erhalten, die als Lehrbücher des Fechtens bezeichnet werden können. Mit der Einführung des Buchdrucks in der Folgezeit erhöhte sich diese Anzahl noch erheblich. Der Begriff Fechten umfasste zu dieser Zeit das ganze Repertoire des bewaffneten und unbewaffneten Kampfes. Noch heute kann man im englischen Wort für Kämpfen, Fighting, die begriffliche Verwandtschaft zu Fechten erkennen. Gelehrt wurde nicht nur der Umgang mit dem Schwert, sondern auch die Handhabung von Spießen und Hellebarden, Dolchen sowie natürlich auch das Ringen. Aus dem Jahre 1474 stammt ein Kassenbuch, welches als erstes die Existenz einer geordneten Organisation von Fechtmeistern belegt. Die Gemeine Bruderschaft unserer lieben Frauen, der reinen Jungfrau Mariens und des heiligen und gewaltsamen Himmelsfürsten St. Markus, meist kurz Marxbrüder genannt, organisierten sich nach dem Vorbild der Handwerksgilden, aus denen auch die meisten ihrer Mitglieder stammten. Sie führten sogar ein eigenes Wappen. Im Jahre 1487 erteilte Kaiser Friedrich III. den Marxbrüdern den ersten Privilegiumsbrief. Er gestattete ausschließlich ihnen, im Reich gegen Bezahlung Fechten zu unterrichten. Die Bruderschaft hatte ihren Sitz in Frankfurt, wo jährlich zur Herbstmesse auch die Meisterprüfungen abgehalten wurden. Diese Marxbrüder hatten über mehrere Jahrhunderte eine einzigartige Monopolstellung inne, wie sie auch heute noch manche Kampfkunstorganisationen gerne haben würden. Im Jahre 1570 führte eine bedeutende Konkurrenzorganisation die Gesellschaft von der Feder zu Greifenfels ihr Wappen ein. 1607 bekamen sie von Rudolf II. sogar einen eigenen Privilegiumsbrief. In alten Dokumenten werden sie oft als Federfechter bezeichnet. Wichtigste Waffe in den überlieferten deutschen Fechtbüchern ist das Langschwert, auch oft als Anderthalbhänder bezeichnet. Aus dem Jahre 1389 stammt die erste schriftliche Erwähnung eines Fechtmeisters, der die Kampfweise mit dieser Waffe wie kein anderer über lange Jahre prägte. Es handelt sich dabei um Johannes Lichtenauer. Er formulierte eine pragmatische Kampfkunst für das Langschwert, sowohl im Harnisch als auch ungerüstet, zu Fuß und zu Pferde, und fasste sie in Merkverse. Dies war in einer Zeit, als nur wenige Menschen schreiben oder lesen konnten, eine gängige Form der Wissensvermittlung. Von Lichtenauer selbst ist uns leider kein Buch erhalten geblieben, aber eine Vielzahl von darauf folgenden Fechtmeistern schrieben seine Verse zusammen mit erklärenden Sätzen, den sogenannten Glossen, nieder. Auch der durch eine vor kurzem erschienene Neuauflage eines seiner Bücher bekannt gewordenen Fechtmeister Thalhofer begründete seine Lehre auf den von Lichtenauer geschaffenen Grundlagen. Es ist uns heute aufgrund der Vielzahl von Quellen möglich, einigermaßen verlässlich Lichtenauers Kampfkunst mit dem langen Schwer zu rekonstruieren. Man muss dabei allerdings bedenken, dass jede Rekonstruktion nur bis zu einem gewissen Grade realistisch sein kann, da heutzutage niemand mehr befürchten muss, einen Kampf auf Leben und Tod mit einer solchen Waffe auszustehen. Das Ergebnis dieser Forschungsarbeit können Sie auf der vorliegenden DVD erleben. Das Langschwert besteht aus dem Griff, früher auch Gehilz genannt, und der Klinge. Das Gehilz setzt sich zusammen aus dem Knauf oder Knopf, dem Griff und der Kreuzstange oder einfach nur Kreuz. Die Klinge wird unterteilt in die lange Schneide, die kurze Schneide und den Ort. Außerdem kann die Klinge jedes Schwertes weiter in Stärke und Schwäche unterteilt werden. Die Stärke wird von der ersten Hälfte der Klinge, vom Gehilz bis zur Mitte, gebildet. Die verbleibende Hälfte, von der Mitte bis zum Ort, bildet die Schwäche. Dieser einfache Test zeigt besser als tausend Worte die Bedeutung von Stärke und Schwäche. Lassen Sie jemanden ein Schwert vor sich halten. Wenn Sie nun versuchen, das Schwert an der Stärke nach hinten zu schieben, werden Sie dies nur sehr schwer schaffen. Wenn Sie es aber an der Schwäche versuchen, genügt nur wenig Kraft, um die Klinge beiseite zu drücken. Die Langschwerttechniken im vorliegenden Werk wurden vor allem aus fünf Hechtbüchern rekonstruiert, die alle die Lehre Lichtenauers näher ausführen. Obwohl die Autorenschaft nicht immer gesichert ist, werden vier dieser Fechtbücher von den Meistern Peter von Danzig, Hans von Speyer, Giud Lu und Sigmund Ringegg zugeschrieben. Ein weiteres anonymes Fechtbuch ist allgemein unter dem Namen Goliath bekannt. Sekundär wurden zur Erklärung einiger Begriffe und Prinzipien das Fechtbuch von Joachim Mayer und das Hausbuch, welches Hanko Döbringer zugeschrieben wird, hinzugezogen. Ein letztes Wort zur vorliegenden Arbeit. Jede Rekonstruktion einer historischen Kampfweise kann nur den momentanen Stand der Forschung wiedergeben. Obwohl durch die Vielzahl der verwendeten Quellen die Prinzipien als gesichert gelten, ist es immer wieder möglich, dass sich durch neue Quellen die Interpretation von Teilbereichen ändern kann. Der Begriff Mensur bezeichnet den Abstand oder die Distanz zwischen zwei Fechtern. Es gibt viele Möglichkeiten, die Distanzen für Unterrichtszwecke zu zergliedern. Für uns hat sich die folgende bewährt. In der weiten Mensur muss man einen Zwischenschritt machen, um dann mit einem Schritt angreifen zu können. In der mittleren Mensur kann man den Gegner mit einem Schritt erreichen. In der engen Mensur kann man den Gegner angreifen, ohne einen Schritt zu machen. In der engen Mensur befinden wir uns so nahe, dass wir Greif- und Ringtechniken ausführen können. Der Ausdruck Klinge in Linie bedeutet, dass die Waffe in gerader Linie auf das Ziel ausgerichtet ist und somit eine Blöße bedroht. Durch Schließen der Linie verstellt man der gegnerischen Waffe den direkten Zugang zu den eigenen Blößen. Vor und nach bezeichnen das Konzept Lichtenauers, stets die Initiative zu ergreifen bzw. sie wieder zurückzuerlangen. Im Vor zu sein bedeutet, dem Gegner seine Aktionen aufzuzwingen und ihn in die Defensive zu treiben. Es ist also besser, direkt anzugreifen oder in die Vorbereitung des gegnerischen Angriffes zu attackieren, als auf die Bewegungen des Gegners zu warten. Nach bedeutet, dass man auf einen Angriff des Gegners reagieren muss. Ist man durch einen frühzeitigen Angriff des Gegners ins nachgekommen, das heißt, man muss auf den Gegner reagieren, kann man durch Techniken, die gleichzeitig, also indes, abwehren und den Gegner bedrohen, die Initiative zurückgewinnen. Der Begriff indes ist aber auch eng mit dem Fühlen verbunden. Fühlen ist ebenfalls ein wichtiges Konzept von Meister Lichtenauer. Sobald während eines Gefechtes eine Bindung der beiden Waffen entsteht, soll man anhand des Druckes, den der Gegner an unserer Klinge ausübt, erkennen, welche Techniken am besten anzuwenden sind. Dies funktioniert auch ohne hinzusehen, nur anhand der taktilen Wahrnehmung. Wie immer noch im modernen Fechten praktiziert, teilte auch Meister Lichtenauer den Mann in vier Blößen ein. Im Gegensatz zum modernen Blößenkonzept, bei dem sich die Blößen mit der Waffe mitbewegen, wurden die alten Blößen durch eine horizontale und eine vertikale Linie, welche sich etwa in Solarplexushöhe kreuzen, dargestellt. Da die in diesem Video gezeigten Techniken viele Stiche zum Gesicht beinhalten, ist es unerlässlich, beim Üben eine Fechtmaske zu tragen. Auch gepolsterte Handschuhe, wie es sie zum Beispiel aus dem Street- oder Eishockeysport gibt, sind für viele Übungen unerlässlich. Als Trainingsgerät für Einsteiger empfehlen wir Schwerter aus Holz, bevorzugt Hickory oder Heinbuche. Auch gehärtetes Aluminium als Material für Trainingsschwerter setzt sich immer mehr durch. Schwerter aus Stahl sind für den Einsteiger nicht sofort nötig. Es sollte sich von selbst verstehen, dass nicht mit scharfen Schwertern geübt wird. Wenn man sich für ein stumpfes Stahlschwert entscheidet, sollte man deutlich auf die Herstellerangaben zu den Verwendungsmöglichkeiten achten. Wichtig ist aber, dass die Schwerter nicht zu schwer gewählt werden, um zumindest einigermaßen in der Führigkeit Originalen zu entsprechen. So sollte das Gewicht eines durchschnittlichen Anderthalbhänders in etwa 1,5 Kilogramm betragen. Zum Freikampf werden unter anderem auch Chinais aus dem Kendo-Sport verwendet, die nachträglich mit einer Kreuzstange ausgestattet wurden. Hier zeigen wir Ihnen noch einige Übungswaffen für die verschiedenen Waffengattungen, die wir praktizieren. Zunächst das lange Schwert als Grundlage für alle anderen Waffen. Die lange Stange. Das einhändige Schwert, meist zusammen mit einem Faustschild geführt. Das lange Messer. Und der Dolch. Und der Dolch.